Dear Reality Wir entwickeln interaktive Anwendungen, bei denen das Hören im Mittelpunkt steht. Unsere Soundengine macht Klangräume dreidimensional und interaktiv. So entstehen vollkommen neue Möglichkeiten für Narration und Gameplay. Auch auf mobilen Geräten. Mein Name ist Michael Straßburger und ich habe die Firma Straßburger Film gegründet. Straßburger Film produziert Dokumentar- und Imagefilme für NGOs und Stiftungen, die sich im Umwelt- oder sozialpolitischen Bereich betätigen. Die im In- und Ausland produzierten Filme sollen über die jeweiligen Projekte informieren und sie einem breiteren Publikum näher bringen. Wir sind erster Alles. Zwei Drehbuchautoren, die Dokumentarfilme produzieren. Das Schöne am Dokumentarischen ist, dass es nie so läuft, wie es vorher auf dem Papier stand. Wir sind erster Alles. Autorenproduzenten. Wir sind Paradies. Wir machen Film, Ton und Filmton. Mein Name ist Alex Tabakuli und meine Firma Visions stellt internationale Langspielfilme für das Mainstream-Publikum her. Schon seit Skybound, dem ersten englischsprachigen Langspielfilm unserer Firma, verbindet uns eine enge Partnerschaft mit Dienstleistern aus der Visual Effects-Branche. Mit den Schauspielern Scarlett Byrne aus Harry Potter und Falling Skies sowie Rick Cosenett aus The Vampire Diaries ist Skybound prominent besetzt und steht kurz vor der Fertigstellung. Hallo, das ist Elmar Imanov, ich bin Eva Blondio und zusammen sind wir Color of May. Wir produzieren Spiele und Dokumentarfilme, die international und in Co-Produktion realisiert werden. Hi, ich bin Lukas. Ich bin Katrin. Zusammen sind wir Lindofilms. Wir machen Filme mit gesellschaftspolitischer Relevanz im In- und Ausland. Der Voodoo-Priester hat gesagt, wenn ich meine Zuhälterin verrate, würden sie mich töten. Was wir in unserem Job lieben, ist, dass man viel rumkommt, mit netten Leuten zusammenarbeitet und dass man immer wieder auf Sachen stößt, von denen man noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Zum Beispiel die vietnamesischen Laseraffen. Mode lebt von Emotionen. Und Emotionen brauchen mehr Dimensionen. Wo gestern noch das Foto war, löst es heute das bewegte Bild ab. So simpel es klingt, so simpel ist es auch. Green Floyd Fashion Films ist spezialisiert auf die Konzeption und Produktion von Online-Beweg-Bild im Fashion-Segment. Wir sind Lozid-Film. Wir machen Dokumentar- und Spielfilme für Fernsehen und Kino. Aktuell produzieren wir unseren ersten Dokumentarfilm über den Regisseur Rudolf Thome. Rudolf Thome ist gerade dabei, eine Finanzierung für seinen vielleicht letzten Film auf die Beine zu stellen. Was interessant ist, ist, dass er jetzt am Ende seiner Karriere steht und wir noch ganz am Anfang sind. Für uns ist das die Gelegenheit, einen Perspektivabgleich zu machen. Christopher von Bronsart, Creative Director. Robert Müller, Technical Director. Daniel Meggel, Sounddesigner. Konzept 2 Wir kreieren hochwertige, interaktive Unterhaltung. Wir kreieren chief, unterhalb der Patronik, unterhalb der Produkte. Jetzt kommt noch ein paar Einschneiden. Wir kreieren die Booze gehen. Wir kreieren die Stil der Produkte. Gelegenheit, die Produkte. Wir kreieren die Bestandesküpfle, die wir nicht in der Produkte. Wir kreieren die Möglichkeit, die Beine zu haben. Zu kompliziert? Dornbusch und Reiter. Bewegt Bildkommunikation, die verstanden wird. Geil! Untertitelung des ZDF, 2020